hallo und ich grüße dich wieder zu einem neuen tutorial heute soll es darum gehen wie du brute force attacken verhindern kannst auf deinem webserver dazu habe ich jetzt mal hier ein log file das authentication log aufgemacht damit du mal siehst wie sowas eigentlich aussieht der server wir haben ja in den laufe der tutorials habe ich den installiert und der ist einfach ja da ist nichts drauf außer zwei domains ich habe dir nicht bekannt gemacht gar nichts aber wie du hier sehen kannst hat er jede menge ja attacken auf verschiedensten ports man sieht hier fehler login es wird versucht mit user teacher sich anzumelden was haben wir noch hier für login namen bestimmt hier ist immer dieselbe ip adresse hier auf dem port 40 200 hier unten auf dem port 42 947 also siehst es wird versucht größtenteils sich auf allen ports mit irgendeinem passwort anzumelden der hoffnung dass er ich eine sicherheitslücke habe oder ein einfaches passwort oder user benutze habe ich aber nicht und ich habe ja gesagt dass wir im laufe dieser apache konfiguration auch immer mehr sicherheitsmechanismen einbauen werden darum geht es jetzt hier hier wird es jetzt auf ein tool drauf wenn wir jetzt gleich installieren das nennt sich fällt werden damit können wir dann solche brut force attacken einfach ja verhindern und dann auch bestimmte ip adressen ja bannen für eine gewisse zeit da oder mein dafür tun ist immer für immer und ewig spannen weil warum sollte wir da nachsicht haben und ja darum geht es halt in diesen tutorials diesen wenn hoffentlich jetzt zwei videos in diesem video geht es erstmal darum wie installierst du fail to ban und dann in einem neuen tutorial wird es darum gehen wie konfigurieren das das ganze ich werde da auch nicht so im wirklich im detail darauf angehen nur wo es drauf ankommt und welche konfigurationen ich machen würde es gibt mittlerweile jede menge richtige tutorials nur über fail to ban hier soll es einfach nur darum gehen wie du dein system einfach sicherer machen kannst gut ich würde einfach mal sagen ich gehe jetzt mal hier raus wie gesagt hier siehst du also die dateien sind hier da wird da wird hier jedes mal das ist von gestern aber du siehst hier permanent ist hier könnt ihr mal gucken ob vielleicht in der zeit wo ich jetzt sage hier 37 also es wird pausenlos wird der server momentan mit ja mit anfragen zugemüllt und wie gesagt das wollen wir jetzt verhindern entgegenwirken und dazu machst du einfach ein sudo machte wir jetzt mal apt update und sudo apt upgrade das würde ich immer empfehlen minus j das sollte man auf jeden fall immer laufen lassen es kann ja sein dass es vorher alle pakete sind aktuell okay das war's kann ja sein dass in der zwischenzeit neue pakete rausgekommen sind und jetzt machst du einfach ein sudo apt install fail to bern jetzt wird dir angezeigt was alles installiert wofür fällt die band das ist einmal python 3 wird installiert dann split 3 python fail to bern auf sagt aufbaus also fällt die band generell baut auf python auf da sagen wir ja weil wir wollen das installieren und dann läuft die installation erst mal los und schon bin ich wieder zurück wie du siehst die installation ist durchgelaufen das war's wie gesagt das war jetzt erstmal ein kurzes video ich will ja immer so ein bisschen das ganze auseinander ziehen zur erläuterung jetzt jemand sagt warum gehe ich jetzt nicht in konfiguration ein es kann ja sein dass jemand die konfiguration oder das installieren schon kennt und weiß genau worauf er achten hat aber vielleicht bei der konfiguration ein bisschen hilfe braucht und deswegen trenne ich das installation und konfiguration versuche ich immer generell zu trennen ich hoffe dieses kurze tutorial hat dir gefallen lass einen daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten video wenn wir fail to bern ein wenig konfigurieren bis dahin ciao